Junge Tiere haben viel, viel Zorn. Oh, Zorn, den sie besiegen, indem man ihnen Molotow-Cocktails gibt. So. Läuft der bis jetzt ganz gut eigentlich. Komm, wir geh mal raus. Du musst mal in die frische Luft, du armes kleines Ding. Außerdem habe ich wieder ein Geschenk für dich. Was habe ich denn dann heute zum Geburtstag geschenkt? Hm? Natürlich schenke ich dir einen Haufen Scheiße. Der ist mindestens so schön wie du. So, Müll kommt wieder dahin, Fressen kommt wieder dahin. Huch, 200 Dollar? Wat? Das werden immer mehr Awards. Oh. So. Strike the fire remains from dangerous. Chris. Ich habe keine Ahnung, aber ein Molotow muss ja drin sein. Die sind aber, die sind aber ganz schön teuer, mein lieber Freund. Oh, 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 oh. So. Dann hole ich mal die Pet-Pellets, glaube ich. Mach doch nicht alles kaputt, Mädchen. So, genau. Gehst erstmal schön scheißen und Papa kauft erstmal hier teures Fressi. Alter, das habe ich gerade voll teuer Geld gekauft, du Mistvieh. Ich liebe dich, du Mistvieh. Das war dein Fressen. Hier. So, rewarded your pet. Wir kriegen... Alter, wie viele Awards wir hier abräumen. Da fehlen nicht mal so viele. Aber trotzdem müssen wir natürlich unser Tier auch füttern. So, ich mache mal den Magen voll, damit es da zumindest keine Probleme hat. So, die Frage ist aber, was macht man denn jetzt gegen das Pyro-Ding? Gehen wir nochmal spazieren, aber... Ist doch schön hier. Die Gegend ist einfach... Das ist einfach eine 1A-Wohngegend, in der wir uns hier befinden. Hier kriegst du noch ein bisschen was zum Dekorieren für dein Kinderzimmer. Das passt zu deinem Teenie-Style. Okay, ich kaufe hier nochmal Pyro. Ich weiß nicht, was es bringt. Oh, jetzt muss ich aber langsam aufpassen mit dem Geld. Ich weiß gar nicht, wo wir das hinkaufen, ehrlich gesagt. Ich sehe die Flaschen hier nirgends. Die kommen hier gar nicht so reingerieselt wie sonst. Nein! 118. Ich brauche ein neues Klo! Scheiße! Bitte nicht hinscheißen! Bitte nicht hinscheißen! Bitte nicht hinscheißen! Scheiße! Und wir haben nix zu... Schon wieder nix zu fressen? Das kann doch nicht wahr sein! Alter! Jetzt... Jetzt wird es aber knapp, Freunde! Das ist die schönste Tochter der Welt! Oh! Vor allem diese haarigen Arschbacken. Das ist einfach... Ich bin der stolzeste Papi der Welt! So! Es wurde viel aufgewachsen, aber nein! Was ist denn diese neue Eigenart von deinem... Von deinem... Tier! Wenn es ausgewachsen ist, denkt das Tier, es könnte cool sein mit einer Zigarette! Mach es wieder gesund und sicher! Ach du Scheiße! Ich brauche auf jeden Fall erstmal ein Klo! Spray sind das Gusting Biest! Mit Poison oder was? So! Rauch doch ruhig! Scheiße! Dass das Klo kaputt ist, ist echt ätzend! Einfach so wunderschön! Ich äh... Geht er leider gerade nicht anders! Wir brauchen unbedingt 200 Gold! Vorher können wir ja gar nichts mehr machen! Na komm, wir gehen mit unserer wunderhübschen Tochter! Die können wir ja schon mal auf den Strich schicken! Einmal für später schon mal, dass es gewohnt ist! Und natürlich kriegt sie einen Molotow! Das darf doch nicht wahr sein! Ich bin so stolz! Sie scheißt immer noch ins Kinderzimmer! Da ist jeder Pfarrer! Also ich äh... bin... Ja! Ja! Geld! Oh Mann! Halt! So! Die schlimmste Angewohnheit haben wir abgewöhnt! Ach du Scheiße! Aber was erwacht jetzt in deinem Tier? Nein! Nein! Was? Nein! Meine Tochter doch nicht! Niemals! Alle lebenden Lebewesen, die ja Lebewesen sind, weil sie leben, machen gerne Sexualzeit! Du verstehst! Deine kleine Tochter! Sexfeuer brennt in einem sehr merkwürdigen Weg! Äh... auf sehr merkwürdige Art und Weise! Du musst gucken! Gehen! Bitte was hat die denn da jetzt auf dem Hintern? Alter! Ich muss auf dem Klo sparen! Damit die Alte erstmal wieder nicht ins Zimmer scheißt! 2- Mann, 200- golden klo kostet 200 Gold! Komm, 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 komm... Reib erstmal deinen Arsch über die Bordsteinante, dann gucken wir mal ob das schlimmste auskuriert ist. Und zum Geburtstag gibt's heute So Das ja das ja unfassbar wir haben es geschafft wie eine kalte dusche hast du eine Sexlose magie gewirkt aber dein tier wird sauer Glückwunsch das alter deines tieres lässt es nun gefahrlos alkohol trinken Vielleicht trinkt es schon alkohol man weiß es nicht genau Ach du heilige Das erste was ich kaufe ist ein Klo kannst du machen was du willst halt oh scheiße Boah ich komm hier langsam gar nicht mehr hinterher Mist das wollte ich gar nicht Ich muss dringend fressen kaufen Sex doll Ich mach sex doll so So gehen wir erst mal wieder spazieren boah das wird immer anstrengender mit dem Viech So hier für dich ne echte schöne Münze hast du ja auch immer gewünscht So bisschen fressi noch rein und hier noch ein bisschen fressi rein So das Klo tue ich mal nach hinten Alter das kotzt ja nur noch hier über Hin Na super Ich muss mir doch wieder ne Wasserflasche kaufen Das gibt's doch nicht Die 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 So, jetzt noch mal spazieren gehen, alter. Schlimmste, schlimmste Teenager ever. Natürlich gibt es einen Molotow-Cocktail zum 16. Geburtstag. Ist doch klar. So, und so wie das Ding auskotzt, alter, da komme ich ja mit dem Fressenkaufen gar nicht mehr hinterher. Hallo? Oh Mann, oh Mann, halt. Ich weiß genau, was du vorerst, Fräulein. Wo ist die Leine hin? Da. Komm, wir gehen wieder spazieren. Frisbee hilft ja nicht mehr. Alter, was mache ich denn nur mit der? Ich schenke ihr einfach Scheiße auf den Hut. Nee. Mist, dass das Klo natürlich weg war, ist richtig ätzend. Vielleicht hätte ich den Alkohol nicht wegschmeißen sollen. Ach, alter, hör auf, dauernd hinzuscheißen. Das ist doch ekelhaft. Hier, sauf erst mal ein. So, besoffen war sie jetzt auch schon mal. Oh, scheiße. Die kotzt zu oft. Ich glaube, die hat Bully-Me, Bully-Me. Boah, ich bin kurz davor. Ich bin kurz davor. Clean the remains of drunk. Ah, nein. 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 Viel essen, viel spazieren gehen. Ich weiß nicht, was ich... Liebes Dr. Sommer-Team, hilf mir doch mal. Meine Tochter säuft und kackt nur noch den ganzen Tag. Was soll ich denn machen? Und verdient ihr Geld auf der Straße? Boah, ich kann mir das bald nicht mehr leisten. Die kotzt alles aus, was sie frisst. Hier, setz dich mal vor den Rechner. So. Dann chatten wir mal mit ihr. Was ist das? Was ist das? Wenn ich alles gelernt habe, was ich weiß, von jemanden als dumm als du, ist es nicht so, dass ich so eine schreckliche Konversation mache. Warum bist du... Äh, du... Drunk... Drimmel, drunk. So what if I get drunk sometimes? Schauen wir mal, ja? Komm, wir probieren es nochmal. I don't believe in love. I believe in Korean Massage-Pal und so. Ähm... You wanna... You wanna go for a drink? Vorsicht, Falle! I don't have a drinking problem. I can stop whenever I like. Usually that's right before I pass out. Okay. Alter, die kann doch nicht die ganze Zeit nur kotzen. Ich kann mir jetzt nichts zu fressen mehr leisten. Ich glaube, die wird bald krepieren, wenn die alles auskotzen. Da kann ich leider nichts für. Das tut mir echt leid. Hui! Was? Ich weiß nicht, wie wir das hier gerade geschafft haben. Ich habe keine Ahnung. Du hast alle Lernpunkte, alles Training, alles geschafft. Jetzt müssen wir noch ein letztes Mal in den Laden. Oh nein. Für alle Arbeit da ist Strafe. Äh, w-w-w-w-w-w? Deine Tochter hat alle, alle Lektionen verlernt und wurde ein wahres Bastard-Mädchen. Viel Glück. Du wirst brauchen, mein Freund. Du wirst brauchen. Oh weh, oh je, Mini. So, jetzt erstmal sauber wischen. Geld sammeln. Das Mädchen da fernhalten. Einmal Gassi gehen. Alter. Letzte Stage. Ich bin gespannt, ob wir das schaffen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Nimm mal das Geschenk. Immer das erste Molotow. Verstehe. Jetzt muss ich schon wieder... Alter, halt die Schnauze. Hör auf, überall rumzuscheißen. Ich weiß nicht, wie ich die wieder auf den Pott kriegen soll. Die kann doch jetzt nicht mit 20 anfangen, die ganze Zimmer vollzuscheißen. Und natürlich wieder Molotow. Das ist ja ein Traum. Hör auf, dahin zu pissen. Okay, Essen haben wir noch ein bisschen. Na? Klopapier. Jetzt müsst ihr da Klopapier kaufen. Eine Sexpuppe kaufe ich nicht. Ja, dann heul doch nicht rum. Hör doch auf, dich einzuscheißen ständig. Dann muss ich nicht dauernd mit dir nach draußen gehen, damit du einigermaßen glücklich bist. In deinem ekelhaften Stringtanger. Widerlich, wie du hier rumläufst. Alter, in meinem Alter hat man wenigstens noch Hosen an auf der Straße. Ich weiß, das klingt spießig für dich. Aber dein alter Vater hatte noch Hosen an auf der Straße. Muss man sich mal vorstellen, wie das damals war. Und wieder rumlaufen, weil das Ding sich eingeschissen hat. Das gibt's doch gar nicht, ey. Also sollten wir weibliche Zuschauerinnen haben, wie ist denn das eigentlich? Scheißt ihr auch noch euer Kinderzimmer voll oder euer Zimmer oder eure Wohnung? Je nach Alter natürlich. Dann kauft euch auch einen Molotow und brennt die Scheiße weg. Das ist natürlich ein Traum. Na super. Gut, gehen wir wieder nach draußen. Ach, der ist... Ich mag nicht mehr. So hier. Eine Münze wenigstens. Davon können wir Klopapier kaufen. Die alte braucht ja irgendwie hakele 50-lagig. Bei ihrem alten Falten-Arsch da. Du scheißt da nicht hin. Sei lieb. Sei lieb. Ja, komm, wir gehen nochmal raus. Ist ja ein Hobby von mir. Spazieren gehen mit der Kleinen. Das ist das Schönste der Welt. Komm, hier ist eine Münze. Dafür kannst du mir was Schönes kaufen. Hm? Das ist doch auch schön. Aha. Beim Scheißen gestört und rausgegangen. Ich weiß nicht genau. Da müsste eigentlich noch irgendwie so Blasendruck oder sowas. Aber die scheißen kotzt ja in einer Tour. Ah, Molotow. Du blöde Kuh. Hör auf damit. So, Klopapier kaufen. Ja, wenn du unglücklich bist, kann ich da auch nichts für. Du bist einfach scheiße.